Hallo, ich bin die Gisela, ich komme aus der Nähe von Aachen, ich bin Milchbäuerin und verarbeite auch gerne Milchprodukte. Aus diesem Grund mache ich heute mit euch den belgischen Reisfladen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, aber zuerst werden wir mal zum Herd gehen und den Milchreis zubereiten. Für den Reisfladen nehmen wir 1 Liter kalte Milch in den Topf. In der Zwischenzeit nehmen wir die Vanilleschote, schneiden die auf. Also wenn man keine Vanilleschote hat, kann man auch Vanillezucker nehmen, aber eine Schote ist schon vom Geschmack intensiver. Also die wird hier aufgeschlitzt und dann nehmen wir das Mark aus der Schote, indem wir mit dem Messerrücken das rausstreifen. Es ist also sehr kostbar so eine Vanilleschote, deswegen gut auskratzen. Man kann diese Vanilleschote jetzt mit auskochen noch oder man kann auch Vanillezucker daraus machen. Die Schote mit Zucker in ein verschlossenes Glas geben und dann hat man in ein, zwei Wochen hat der Zucker den Geschmack von der Vanilleschote aufgenommen und man hat einen schönen Vanillezucker selbst hergestellt. Ich koche ihn heute mit aus. So, eine Prise Salz gebe ich dazu. Und der Milchreis kommt später dazu, wenn die Milch aufkocht, dann brennt das nicht so schnell an. Das ist also wirklich ganz wichtig, erst den Milchreis in die warme Milch geben. Und Zucker kommt auch später dazu, dann brennt es nicht so schnell an. So, die Milch kocht jetzt auf, dann gebe ich den Milchreis hinzu. Der braucht auch vorher nicht gewaschen zu werden, denn er kommt trockener rein. Dann wird kurz umgerührt und die Temperatur wirklich runtergeschaltet, auf Stufe zwei oder drei. Und das Ganze braucht jetzt so eine halbe Stunde. Der Milchreis muss ja schön gar werden, aber zwischendurch kommt man immer mal wieder an den Herd und rührt, dass er nicht anbrennt. Und ganz am Ende geben wir dann wirklich den Zucker hinzu und dann ist der Milchreis schon mal fertig. Für den Hefeteig benötigen wir einen kleinen Stieltopf. Dann erwärmen wir die Milch und geben die Hefe hinzu. Und auch die Butter. Es gibt verschiedene Verfahren. Ich mache das so, weil ich immer wenig Zeit habe. Und ja, also bis jetzt ist er immer noch gut geworden. Also das soll jetzt lauwarm werden. Achso, und die Hefe braucht Zucker zum Gen. Da kommt jetzt schon mal ein bisschen Zucker. Die braucht Nahrung, um sich zu entfalten. Deswegen bekommt die schon mal etwas Zucker rein. Jetzt lösen wir das kurz auf. Also ich mache sonst immer eine große Menge. Das ist jetzt wirklich nur für den einen Fladen. Aber sonst mache ich wirklich von 500 Gramm Mehl oder von einem Kilo Mehl Hefeteig. Dann lohnt sich auch der Aufwand. Dann kann man noch Milchbrötchen machen oder ein Weißbrot backen. Und ja, und heute machen wir aber nur den Reisfladen. Also das braucht eine kleine Weile, um es vorsichtig zu erwärmen. Viele trauen sich gar nicht an den Hefeteig ran. Aber da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Hefeteig braucht halt Zeit. Und wenn er nachher aufgeht und fällt mal zusammen, dann macht man ein Tuch drüber und lässt ihm noch Zeit. Also manchmal bis zu einer Stunde muss der Hefeteig gehen und dann kann man ihn gut verarbeiten. Jetzt ist die Butter schon fast geschmolzen. Die Hefe hat sich auch aufgelöst. Und jetzt geben wir das Ganze ins Mehl hinein. Ja, ich gebe das Mehl in die Schüssel. Aber ich gebe nicht alles rein. Nämlich nachher zum Kneten brauche ich vielleicht noch etwas. Dann eine Prise Salz. Die kommt jetzt erst rein, weil die Hefe hat nicht so gerne Salz. Deswegen mache ich das jetzt ins Mehl. Dann gebe ich den Zucker hinein. Und diese Hefemilchmischung mit Butter kommt jetzt auch ins Mehl. Schön auskratzen mit der Gummihand, dass auch die restliche Hefe mit hineinkommt. So, und jetzt langsam mit den Fingern verrühren. Also der ist jetzt lauwarm, der Teig. Das hat die Hefe ja ganz gerne. Also wie gesagt, das ist ja eine sehr kleine Menge jetzt. Man kann da gar nichts falsch machen. Also Hefeteig, der hat es gerne, wenn man den mal richtig ein bisschen ran nimmt hier. So, bisschen durchknetet. Und man muss schauen, dass man das ganze Mehl hier aus der Form zu einem Teig verarbeitet. Sollte mal Mehl an den Teig an den Finger kleben bleiben. Am besten mit trockenem Mehl das mal abreiben. Jetzt ist der Vorteig schon mal fertig. Und ich habe mir den Backofen auf 50 Grad vorgeheizt. Und der Teig soll jetzt mal 10 bis 20 Minuten gehen. Wenn man den Hefeteig auf die Heizung stellt, also immer ein Tuch drüber geben. Oder wenn man den in der Küche unter der Abschlusshaube stehen hat, immer ein Tuch darüber geben. Sonst bekommt er einen Zug und geht nicht richtig auf. Und jetzt kommt er so 10 bis 20 Minuten, aber bei kleiner Wärme in den Backofen. Unser Reisflatten hat jetzt eine halbe Stunde vor sich hin geköchelt. Ihr seht also, er ist nicht angebrannt, weil wir den Reis ja in die heiße Milch gegeben haben und dann ganz runter geschaltet haben. Jetzt am Ende gebe ich nur noch den Zucker hinzu. Rühre den vorsichtig unter. Die Vanilleschote nehmen wir morgen erst raus. Und jetzt stellen wir den Reis über Nacht in den Kühlschrank, dass er richtig durchgekühlt ist und kühlt auch noch ein bisschen nach. Und dass sich keine Haut bildet, gebe ich etwas Frischhaltefolie direkt auf den Reis. Dann bildet sich da keine Haut. Ich lasse ihn jetzt erst noch eine Stunde draußen abkühlen und dann stelle ich ihn in den Kühlschrank. Unser Hefeteig war ja jetzt eine halbe Stunde im Backofen bei geringer Temperatur und den werden wir jetzt weiter verarbeiten. Ist auch gut aufgegangen. So, den geben wir auf die Arbeitsfläche. Also bei Hefeteig kann man gar nichts falsch machen, den kann man ruhig grob behandeln. Dann wird sogar noch ein bisschen mehr Luft untergearbeitet und der geht schöner auf und ist nachher ganz locker. Ich drücke mir den jetzt schon mal hier ein bisschen in Form. Noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte und dann können wir den ausrollen. Bei uns in der Aachener Gegend gibt es Reisfläden und Aprikosenfläden. Also da haben sie meistens hier diese kleineren Formen. Ich habe jetzt diese Form ausgewählt. Das ist ein 24er Durchschnitt. Ungefähr so wie eine Springform auch. Also wenn man dieses Flädchen nicht hat, kann man auch gerne eine Springform nehmen. Die habe ich schon vorher eingefettet und rolle jetzt den Hefeteig aus. Der soll allerdings für den Fladen nicht so dick sein und auch nicht so dick aufgehen. Dann kann man mit einem Messer oder hier mit so einer Teigkarte den Rand schön abtrennen. Bei Pflaumenkuchen würde ich den jetzt noch mal gehen lassen, aber der Reisfladen soll ja schön dünn bleiben. Deswegen lassen wir ihn jetzt so. Von dem Restteil kann ich noch ein Milchbrötchen abbacken. Jetzt steche ich den Boden noch mit einer Gabel mehrmals ein, dass sich keine große Luftblase bildet. Und dann haben wir den Boden schon mal vorbereitet. Jetzt gehen wir zur Masse über. Der Reis ist jetzt nachgedeckt im Kühlschrank. Ich ziehe die Folie ab. Es hat sich keine Haut gebildet. Und jetzt werden noch zwei ganze Eier hinzugegeben. Das ist der Unterschied zwischen belgischen und deutschem Reisfladen. Die Belgier mischen jetzt alles unter und die Deutschen schlagen das Eischnee extra und heben es dann unter. Das soll jetzt locker untergearbeitet werden. Das kann man auch mit der Hand zur Not. So, ich mache es jetzt doch mal mit der Hand, dass man die Reiskörner nicht so ganz zerdrückt. Hebe ich jetzt ganz locker das Ei darunter. So, der Milchreis kommt jetzt kalt auf dieses Backlösch. Jetzt pinseln wir noch die Eimasse hier oben drüber. Dann bekommt der Kuchen nachher so einen schönen Glanz. Also das ist jetzt nur ein Eigelb. Auch ruhig ein bisschen hier über den Rand. Dann bekommt er auch schon eine goldgelbe Farbe. Den Backofen habe ich jetzt auf 220 Grad vorgeheizt. Der Reisfladen kommt jetzt hinein und dann schalte ich aber auf 200 Grad zurück. Der muss ja auch gar werden durch und durch und dann muss man ihn beobachten. Etwa 10 bis 12 oder 15 Minuten und dann ist er auch schon fertig. Auf mittlere Einschubshöhe kommt er jetzt in den Backofen hinein. So soll er eigentlich aussehen. Also nicht dunkler, sonst trocknet der Reis vielleicht zu sehr ein. Jetzt löse ich vorsichtig hier den Rand nochmal. Also wer sich nicht so sicher ist, der kann den auch in der Form abkühlen lassen. Aber ich versuche ihn jetzt mal raus zu bekommen. Mal schauen von unten. Okay, das ist jetzt unser belgischer Reisfladen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und ihr werdet merken, das ist ein purer Genuss. Viel Spaß dabei. Alles Gute. Alles Gute. Zwei. Schrauben. Drei. Aussage. Viele decide, inmalen Sie sich. Vielen Dank.